Ich hoffe, dass wir im selben Spiel landen. Das ist ein Rennen, Fallschirmsprung, Rennen, Rennen. Obwohl auf Rettig auch Bock. Ja, vor allem mit Rennen kannst du mega viel Kohle machen. Ne, nicht freier Modus, wo ist das Rennen? Das beste Rennen, Rennen, Mission, Rennen, Rennen, Fallschirmspringen, Rennen. Ich würde fast sagen, das hier. Über dem, was weiß ich. Super, ich glaube wir gehen in freien Modus, kann das sein. Glaube ich auch. Auf Job zur Ruhe, schau in der Jobliste, bla 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 bla. Bla bla bla, bist du Freeman, bla bla bla. Okay, du bist jetzt bei mir, aber Ups, Martin nicht. Okay, wer kann da dazuscheunen? Cool, 1v1, yo. Tritt bei. Okay. Ich kann nichts auswählen. Was ist los? Achso, du musst erst noch mal setupen. Boah, dann werde ich vielleicht endlich mal ein Rennen gewinnen, ja? Wäre mal ganz cool. Na klar. Ich schaff's immer, von dem ersten Platz auf den letzten zu kommen. Woll ich irgendein scheiß 1v1 machen, oder was? Woll ich irgendwas übersehe? Ne, ich mein's ja. Na. Okay. Zu spät. Ja. Ganz oder gar nicht, yo. Denk dir einfach YOLO. Wow, nice. Ähm, okay. Eder, Bullets, Chatter, oder Cheater. Cheater. Fuck, die sind alle so geil aus. Ah, komm, ich nehm den. Yep. Okay, passt. Infernus. Ah, okay. Boah. Haha. Nicht schlecht. Hallo, fortfahren, dankeschön. Ah, okay. Ups. Ich wette nicht, weil irgendwie... Du hast es vergessen? Ich wette mal 1000. Ich hab das Gefühl, das Wetten bringt irgendwie nichts. Hm, ja, gelegentlich wird's gar nicht abgezogen, was komisch ist. Naja. Was hast du für eine Magen? Eine weiße Schwule, Karre, ich hab nen Cheater. Okay. Weiß ist toll, ja. Ja, Pink. Okay, fahren wir fair, oder fahren wir wie Hurensohn? Äh, mir egal. Ich fahr einfach, wie ich fahr. Das heißt also, du fährst wie ein Hurensohn? Sehr gut. Oh, shit. Oh, wenn man das mit einer konstanten Frame-Weight aber spielen könnte, wär das so cool, ne? Aber sicher, ZC FPS. Oh, shit. Ja, ich meine jetzt wirklich ingame, nicht was... Ja, klar. Oh, ich überhole dich. Oh, fuck. Ey, ich hab mich so gefreut, wenn ich dich wirklich überholt hätte, ne? Ja, ich bin gesprungen, was kann ich dafür? Das Feuer abbremsen. Ja, klar, aber... Bei mir hat's geklappt. Ja. Ich hab bis jetzt gefühlt, deine Karre ist irgendwie schneller als meine. Ja. Ja. Ich hab das falsche Auto ausgewählt, ey. No! Wow, ist da knapp. Dafür kann ich fahren. Wadaf, wadaf. Ja, ja, ich warte. Oh, fuck, ey. Jaaa, Marsch! Du kriegst Wagen da, also wirklich. Oh, yeah. Oh, what? Ich will gar nicht so viel reden, Alter. Ich auch nicht. Ich konzentriere mich grad mehr. Ich lande aber trotzdem nicht. Oh, fuck. Oh, yeah. Oh, fuck. Oh, yeah. Oh, du hast ne neue persönliche Bestzeit. Ja. Ich bin stolz auf dich. Unglaublich, ne? Ja. Vielleicht hol ich ja noch einen. Naja, vielleicht verpasst du auch wieder die Ausfahrt. Ja, oder auch nicht. Wer weiß, wa? Oh, okay. Besser als davor. Besser als davor. Oh, supi. Ah, komm, ich schaff's noch. Oh, fuck. Ich fahr dir grad so ein bisschen die Kontrolle, Alter. Ah, shit. Du wolltest mich grad schubsen. Ja. Ah, ha, 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 ha. Wie viel hundert hast du da nicht eingestellt? Zwei. Oh, 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 oh. Ich hab alles so gelassen wie es war. Alter, ich hab irgendwie... Mein Auto lenkt so ganz leicht nach links. Hast wohl zu dolle Unfälle gebaut, du. Meins fährt wie Butter. Hä? Wie? Ich bin auf dem ersten Platz. Mach ich den Platz? Bei mich nicht. Wer wächst hässlich ist auf dem ersten Platz? Irgendwie... Irgendwie nicht, ne. Irgendwie... Mir egal, also... Alter, wie deine Karre aussieht. So schließlich die gar nicht aus. Mein Magen sieht aus wie geleckt, Alter. Sieht aus wie neu gekauft. Ja, ja. 1.190, okay. 2... Du was? Du hast 1.190 Dollar bekommen? Ja. Du hast verloren. Du hast... Du hast nichts... Nichts gemacht. Naja. In Ordnung. Ich bekomme nur 2.000 mehr als du, Alter. Ist das billig. Okay, ähm. Wo ist die nächste Militärbasis? Was? Was ist denn, wenn du auf B drückst, Alter? War dann die Kamera? Ich trau mich grad nicht. Ja. Ja, war sie. Gut. Oh, wow. Wenn du nur kurz B antippst, konzentriert dich die Kamera auf mich. Ja, das... Mach's ja auch, wenn du lang B antippst. Oder wenn du lang B rückst. Voll der geile Formationsflug, Alter. Mega awesome. Okay. Wir müssen so ein bisschen nach rechts gerade. Siehst du die beiden Berge, die aussehen wie zwei Titten? Ja. Dann müssen wir hinter. Alles klar. Willst du mal ganz tief fliegen? Ja, eigentlich schon. Na komm. Ja gut, traulich. Ich werd schon dich abstützen. Oh, bitte. Ich hoffe, du triffst eine Laterne oder so. Ja, genau. Müsste aber ne hohe Laterne sein, ja. Ja, dann bist du nicht tief genug geflogen. Oh Gott, Alter. Mein Flugzeug ist grad voll am abfacken. Ja, meint's die ganze Zeit schon. Kannst du wohl nicht fliegen? Ah! Willst du mal den Boden berühren? Na komm. Na komm. Nein! Das ist wieder doch irgendwie... Wo bist du überhaupt? Da hinten? Bist irgendwo am Arsch der Welt, Alter. Ein bisschen weiter rechts, ja. Männig. Ha! Ich hab's berührt! Ha! Ha! Was machst du? Okay, dann spring ich halt raus. Er landet. Ha! Wie? Öffne ich mal Scheid schon? Wie, öffne ich nicht? Ah! 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 Ich hab auf alles gedrückt. Außer auf A. Außer auf A, wach? For fuck's sake! Warum A? Oh shit, wo bin ich? Okay, warte. Ich flieg wieder raus. Okay, ich bin neben. Boah, Alter, dass ich das abgefuckt hab. Wirklich. Ah! Mist. Warte, wie weit bist du von mir weg? Ah! Okay, nice. Komm schon, komm schon. Keine Zeit zum reden. Ich muss nur rum drüber kommen. Okay, das ist nur ein Auto. Das ist kein Panzer. Das ist gut. Ja, das stimmt sowieso gleich. Nein. Mir geht's noch so was. Oh shit! Okay, wie komm ich da nach oben? Scheiße. Neeeein! Wieso explodieren die Dinger so schnell, Alter? Ich hatte irgendwie 5 kmh drauf. Warte, warte, ich hatte 5 kmh drauf und ein Lkw rammt mich. Ich explodiere. Wie komm ich da nach oben? Okay, wo bist denn du? Ich bin auf dem Land. Ja, klar, du bist da oben. Ja, okay, wir sind jetzt echt am Arsch. Das bringt eh nichts hier oben zu sein. Das hier ist auch ein Zaun wie beim normalen Flugzeug. Okay. Ah shit! Äh, nur mal ein Flugzeug. Waaahhhh! Oh, ich fall nicht. Cool. Genki-Dama! Sorry! Ey, lass doch. Ossi. Warte. Okay, passt nun. Ähm. Ich hab nen Plan, ich hab das schon öfter gemacht. Okay. Jetzt kommt der Masterplan. Warte, ich muss telefonieren, ja? Okay, ein Wagen ist unterwegs. Nice. Und der bringt uns wohin? Nirgendwohin, wir klauen einfach nur seine Kasse. Achso. Da willst du mit dem Taxi fahren. Ne, ne. Ne, ne. Hallo! Also. Lass mich mal fahren, ich weiß wo's lang geht. Ja, okay. Ah! Muss du aussteigen, jo? Ne, ich hab den Taxifahrer geklaut. Ey, ist cool, dass wir keinen Stern haben. Normalerweise kommen dann immer sofort die ganzen Militärnoten. Wir nehmen jetzt übrigens die Karre vor, um bis zur Autobahn zu fahren, weil die Karre ist nicht schnell genug, über den Zaun zu springen. Ja, macht auch immer Sinn. Ist leider so. Ich sag, es klappt. Am Ende. Es klappt. Das wird super. Wir müssen halt nur überleben. Ich warte mal, du nimmst mal den ersten Jet, den wir sehen. Jaaaa... Ich werd schon... Also... Ja. Und ich den zweiten. Das heißt, ich werd wahrscheinlich eh sterben, weil in der Zeit, wo ich den zweiten Jet finde, sind wahrscheinlich schon... Wobei Helikopter auch ganz nice wäre, aber... Helikopter weiß ich mal gar nicht, wo die sind. Vor allem versuchen, mit dem Helikopter hinterher den Raketen auszuweichen. Ja, genau wieder. Raketen! Werden wir gleich mit Artillerie beschossen, oder was? Ja, ja. Flakgeschützen. Ja, ja. So ne Art. Wunderbar. Du musst generell Glück haben. Es kann auch sein, dass du mit dem Helikopter... Mit dem Jet sofort runter geholt wirst. Okay. Da musst du ein bisschen Glück haben. Alles klar. Mal gucken. Ist ja irgendwie... Über ein Militärfahrzeug... Oh! Wow! Ich war's nicht. Ich hab grad... Na wunderbar, wir haben einen Stern. Ja, geil. Gleich bleiben sie alle stehen. Grob ein Helikopter. Ja, na klar. Habt ihr sonst noch irgendwelche Probleme, Alter? Alter, als du den angefangen hast, hab ich grade mit der Kamera in die entgegengesetzte Richtung geschaut. Das hat direkt doch ein bisschen Schock dazu hinzugefügt, ja? Die verfolgen mich. Ja, wir haben zwei Sterne, weil du die einmal gecrasht hast. Ne. Der erste Stern kam vom Crash. Der zweite kam vom Berühren. Kam vom Abhauen wahrscheinlich. Ist hier eine schnelle Kalle? Ja, warte. Der geht doch, glaub ich. Warum sieht der mich nicht? Oh fuck. Ja, ist gut! Schnell, steig ein! Der sieht mich nicht, warum auch immer. Äh... Beide Sterne sind weg. Meine nicht. Okay, gut. Egal, wir schaffen das. Okay. Okay, jetzt hab ich die Sterne auch wieder. Haha, sehr gut. Okay, wir müssen nur drauf aufpassen, dass mich jetzt auf dem Weg dahin keiner crash... Äh, keiner... Ja, klar. Machen die Bullen ja ganz gern... Oh fuck. Oh fuck! Und direkt verlieren wir die Kontrolle übers Auto, oder? Oh shit, ich hab... Ich hab ein Kopfgeld. Nice! Du kannst mich gleich mal umbringen, wenn du magst. Ja, nee, 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 nee. Wieso kriegst du 2.000 dafür? Okay, warte, 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 warte. Oh, das wird... Oh, jetzt rammen mich nicht, Alter. Dann haben wir's. Oh nein! Wow! Ja, kein Plan. Also, das... Was ist das? Wir machen das nochmal. Das hätte so oder so nicht klappen können. Doch doch. Der war jetzt viel zu langsam. Nein, ist doch nicht. Das geht voll. Hier, jetzt kommt schon der Helikopter. Also, der kann aber nicht wegen uns... Achso. Alter, Papier... Das sind solche Huren, Söhne. Boah, wie mich... Ist da ein... Ist da ein Orangen-Strand? Nein, das weiß ich doch nicht. Oh fuck! Woher soll ich denn das wissen? Oh, Junge! Ey, die bauen mehr Unfälle. Oder die verursachen mehr Unfälle. Oh, what the fuck! Okay, was war das gerade? Das darf ich übertreiben, Alter! Wir brauchen Granaten. Oder Sticky Bombs. Wir brauchen Anlauf. Ach, Anlauf haben wir genug. Wenn die uns nicht rammen. Das meine ich. Okay. Tschüss! Ja, steigt ruhig aus. Okay, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Zeit. Ich sag dir vielleicht. Ich sag dir ein bisschen. Okay, es könnte was werden. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich weiß, ich finde es viele Autos. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Ist das ein Bulle da rechts? Nein. Und? Ich bin ein Präzisionsfahrer, jo. Jawoll! Nice! Okay. Alter, was für die geniale Landung. Nicht schlecht. Alles klar. Und wir haben vier Sterne. Ja, klar. Wir sind ja auch eine Marinebasis. Ja, klar. Oh, fuck. Oh, das war das... Alter Schwede. War das ein Schuss, ey. Fliegt der gerade oder steht der? Äh... Oh, komm schon. Kannst du den anhalten? Nein, können wir nicht. Okay. Fuck, die Nutte. Bist du ausgestiegen? Okay, probier es. Ich hab ihn. So. Versuch dein Glück, junger Pader. Oh, fuck. Der ist gar nicht... Der haut einfach ab. Okay, find ich gut. Na komm! Jeder für sich selbst, mutterficker. Oh, what the fuck!